Was ist der Unterschied zwischen einem Hanfsamenöl, einem CBD-Öl und einem Hanffollkonzentrat? Da im Moment überall Werbung gemacht wird mit Cannabisöl, Cannabis-Samenöl, Hanfsamenöl, wollte ich gerne heute da mal ein kleines Aufklärungsvideo machen. Denn ein Hanfsamenöl, wie dieses hier zum Beispiel, kommt bei mir nur in den Salat. Denn ein Hanfsamenöl ist nichts anderes wie zum Beispiel ein Kürbiskernöl. Da werden einfach die Hanfsamen gepresst und somit ist es reich an Omega-3-Fettsäuren und einfach gut für unsere Omega-3-Versorgung und schmeckt auch ganz gut im Salat. Aber es gibt eben ganz große Unterschiede. Denn vor kurzem war in der Werbung ein Artikel, nun auch Cannabis-Samenöl in ihrer Apotheke. Also in der Apotheke braucht ihr eigentlich kein Samenöl zu kaufen, denn das ist echt unnötig. Das gibt es in jedem Supermarkt mittlerweile. Dann gibt es ja noch die CBD-Öle. CBD ist aber nur ein Cannabinoid, der sozusagen isoliert wurde. Und CBD kann entspannend wirken zum Beispiel. Aber ein CBD, ein Cannabinoid kann natürlich nicht so viel wie ganz viele Cannabinoide, was zum Beispiel in einem Hanfvollkonzentrat ist. In einem Hanfvollkonzentrat sind über 100 Cannabinoide enthalten. Was Cannabinoide können, könnt ihr gerne mal unsere gängigen Suchmaschinen im Internet befragen. Und genau, CBD ist ein Cannabinoid. Also es gibt CBD, CBG, da gibt es ganz viele verschiedene mit verschiedenen Namen. Und ein Hanfvollkonzentrat hat eben ganz viele Cannabinoide enthalten, was somit für unser Wohlbefinden, für unsere Entspannung, für unseren Ausgleich natürlich viel besser sorgen kann. Dieses Hanfvollkonzentrat sollte außerdem über die Dekarboxylierung verarbeitet sein. Es sollte in Deutschland hergestellt werden. Das ist natürlich immer am sinnvollsten, wenn es auf Bio-Hanfplantagen angebaut wird und wenn dann die ganze Pflanze verwendet wird. Also Blüten, Stängel, Samen, komplett das ganze Paket. Und eben nicht nur die Samen, denn gerade in den Blüten sind eben ganz viele Cannabinoide enthalten, in den Blättern, die zu unserem Wohlbefinden beitragen können. Und Cannabinoide sind deshalb für uns so gut, weil wir, wie auch die Hanfpflanze, haben ein Endokannabinoides System in unserem Körper. Zum Beispiel auch Hunde und Pferde, denen das auch sehr gut tut. Meine Envy mag das auch sehr gerne. Und auf dieses Endokannabinoides System können die Cannabinoide dann wirken, indem sie uns eben zur Entspannung helfen, zur Schmerzreduzierung und so weiter. Da gibt es schon ganz, ganz viele Berichte, wo ihr einfach mal im Internet schauen könnt. So, und wenn ihr wissen wollt, welches Hanfvollkonzentrat ich persönlich nehme und natürlich auch meine Familie und mein Hund, dann schreibt mir gerne. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße!